Keine Originalwurzel irgendwo, als ob sie von außerhalb käme. Das hat man im 19. Jahrhundert mal so verlauten lassen. Und solche Sprüche werden heutzutage alle unter den Teppich gekehrt. Warum? Es hat natürlich seinen Sinn, warum man das tut. Man muss das schon mal so reden. Weil heutzutage ist ja jeder von uns schon fast in der Lage, sehr viel zu wissen. Was mit der Kosmologie zu tun hat. Unsere Schulbildung ist sehr hoch. Und man kann also quasi nicht mehr mit diesen komischen Kindermärchen kommen, wie es zu Teilen in der Kirche oder in unseren Kirchen noch dargestellt wird. Da lockt man heutzutage keine mehr hinter den Ofen vor. Und deswegen ist man da ein bisschen sehr still mit diesen alten Sprüchen, wo man vieles noch nicht verstanden hat im 19. Jahrhundert. Aber heute versteht man das. Wobei man dazu sagen muss, das, was du sagst, gilt für das Medium Internet. Es gilt nicht für die Schulwissenschaft und schon gar nicht für das, was man in den Schulen selber lernt. Also insofern, du hast die Möglichkeit heute, die gigantisch sind, aber dank Internet. Aber das wirklich nur in der Klammer. Wenn du sagst, der Nibiru ist aus dem Gürtel des Orion, ist das ja, ich sag das jetzt mal etwas despektierlich und etwas salopp, ziemlich weit weg. Wie kann oder wie kommt es, dass Nibiru quasi in anderthalb Jahren eine solche dramatische Rolle spielen könnte, wie sie zum Teil diskutiert wird? Also sprich in 2012, am 21. Dezember oder wann auch immer, oder Ende 2012, wie kommt man auf die Idee, dass dort wieder jemand sich auf die Reise gemacht habe? Also, wie das zustande kommt, ist es mir auch ein Rätsel. Weil, nochmal zurück, Nibiru hat einen Umlauf um die Sonne von 3600 Jahren. Wir sind in der Lage, oder wir wissen, das sind 3600 Jahre, dann gibt es verschiedene Zyklen. Der eine Zyklus ist 43.200 Jahre lang. Man kann das rauf und runter rechnen. Das Verhältnis bleibt immer das Gleiche zueinander. Und wer da immer auf die Idee gekommen ist, oder warum die Maya im Jahr 2012 aufgehört haben mit ihrem Kalender, das sind nur Vermutungen, Spekulationen, was man anführen kann. Nur, zu dem Thema muss ich also sagen, unsere Forschungsarbeit auf Malta mit diesen brechistorischen Anlagen. Und es gibt Gott sei Dank Menschen, das habe ich schon mal angesprochen, die sehr gute Routengänger sind und mit dem Pendel sehr gut umgehen können. Und einer davon, der hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt, im Zeitalter des Löwen, erscheint demnächst im anschließenden Mail Verlag. Und der heißt Walter Brunner. Und er hat sein ganzes Leben nach Datierungen, also alte Steine datiert und so weiter, und Bauten datiert. Und er kann also wirklich sagen, dieses Zeug kommt vor der Flut, dieses Zeug kommt nach der Flut und so weiter und so fort. Aber es gibt einen gewissen Zeitrahmen, den überschreitet er nie. Das heißt, das sind so maximal so um die 32.000 bis 34.000 Jahre. Und das ist das Älteste, was er machen kann. Und das deckt sich in etwa mit dem, was Dagmar und ich herausgefunden haben, in Malta und andere Großsteinbauten. Das muss also quasi aus der Zeit kommend von Atlantis. Aber jetzt ist Atlantis wesentlich früher, wesentlich älter als 32.000 Jahre. Das haben wir festgestellt mit diesen Tempelanlagen, mit insgesamt 25 jetzt entdeckt, auf Malta allein, in Gosa sind es noch mal 12 und so weiter. Das kann nicht ganz stimmen. Also da ist irgendwas, dass da irgendwas passiert nach 32.000 Jahren und dann beginnt alles wieder von Neuem. Weil laut Hopi und laut Dogons befinden wir uns jetzt derzeit in der vierten Sonne, in der vierten Welt oder in der vierten Ewigkeit oder im vierten Zeitalter. Und das geht jetzt zu Ende. Und wir kommen in das fünfte Zeitalter. Und das Jahr 2012 hat also nichts meiner Meinung nach mit Nibiru zu tun. Sondern da geht nur ein kosmischer Zyklus zu Ende und ein neuer Zyklus beginnt. Und die alten Völker schreiben, dass jedes Mal, unabhängig von Nibiru, wenn so ein Zyklus zu Ende geht, kommt es zu einer Umwälzung. Und diese Umwälzung bringt halt Katastrophen mit sich. Katastrophen sind normalerweise immer da. Aber die Stärke der Katastrophen, das ist halt das, was jetzt kommt, wenn dieser Zyklus langsam zu Ende geht. Und Nibiru, den braucht man eigentlich nicht. Also meiner Meinung nach, weil, was ich eingangs schon gesagt habe, die Nibiru hat, als die Erde quasi geschaffen worden ist, oder an seinen Platz hingerickt worden ist, wo wir jetzt sind, kam dieser große Satellit namens Nordwind mit. Und als ich gesagt habe, die haben Saturn, hat einen Satelliten, einen Mond hatte, der heute der Pluto ist, an dessen Stelle ist nämlich dieser große Satellit getreten. Also dieser große kugelförmige Stern. Wir nennen ihn Lamhazar 1. Und dann gibt es in unserem Sonnensystem nochmal zwei so Lamhasars. Lamhazar 2 und Lamhazar 3. Lamhazar 2 umkreist den Mond und zwar genauso, wie die Erde oder wie der Mond die Erde umkreist und wie die Erde die Sonne umkreist. Genauso umkreist dieses Raumschiff den Mond. Und wenn irgendetwas geschieht im Dezember 2012, dann ist es nicht der Nibiru, der das veranstaltet, sondern dann sind es die Niboyaner, Niboyaner, die in diesem Lamhazar Nummer 2 den Mond umkreist. Jetzt mal eine ganz platte oder ganz banale Frage. Muss ich da, müssen wir da Angst vor haben oder ist das auch eine, im Gegenteil, eine Chance oder ein Neubeginn oder eine Katharsis, wie immer du das nennen möchtest? Also Angst brauchen wir vor dem Ganzen nicht zu haben. Im Gegenteil. Ich würde sagen, da stimme ich zu, es ist eine Chance für uns. Weil es, man hört es immer oft oder öfters jetzt, es kommt eine neue Frequenz und so weiter. Es ist aber keine neue Frequenz, sondern es ist die Frequenz, die vorher mal da gewesen ist. Das heißt, wir haben dann die Chance, wenn diese neue Zeitalter eintrifft, dass wir in das Ursprüngliche zurückkommen, was wir einmal gewesen sind. Also ich, für mich persönlich, und ich glaube, das spreche ich auch für meine Dagmar, dass das eigentlich die Chance ist, dass wir endlich wieder mal zu diesem zurückfinden, was Liebe bedeutet, was Harmonie bedeutet, wo man sich selbst so lieben kann, wie dann seien die Nächsten. Das geschieht dann, wenn dieses Zeitalter vorbei geht. Und wenn, dann tun die da draußen nur unterstützend einwirken, Also helfen, Unterstützung und schützen. Dass das so geschehen kann, die machen nichts kaputt. Das ist nur wieder von, ich weiß nicht, das ist halt wahrscheinlich menscheneigentümlich, dass man immer alles kaputt machen muss und dass jeder andere das auch tut. Das ist nicht so. Gut, das passt natürlich in das Hollywood-Szenario besser rein, als deine Botschaft. Das ist schon klar. Je mehr Blut und Tränen fließen, desto besser verkaufen sich diese Geschichten. Das ist ja so. Du bist seit vielen Jahren und das sollten wir zum Schluss noch mal etwas intensiver drauf eingehen, auf Malta tätig. Also eigentlich auf den drei Schwesterinseln. Es ist ja, wir reden immer von Malta, wenn wir so als Urlaubsland, ich habe da tauchen gelernt zwischen Malta und Gozo und es ist aber viel wichtiger, als dass es ein sehr schönes Urlaubsland ist, eine tolle Kultur und nette Menschen hat, sondern es hat ja eine ganze, diese drei Inseln, haben ja eine ganz andere Bedeutung, Stichwort Kraftwerk. Dazu solltest du vielleicht auch noch mal gerade was sagen, im Zusammenhang mit dem, was wir alles jetzt hier besprochen haben. Genau. Also die Niveauianer sind meiner Meinung nach von Antimaterie, können nicht an unserem kosmischen Leben teilnehmen. Und deswegen auch die Erde, deswegen auch wir. Wir sind quasi diejenigen, die sicherstellen, dass die da draußen was zu leben haben. Die nehmen aber und rauben nicht, so wie wir das mit unserem Planeten tun. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Und aufgrund dessen, und das funktioniert dann, oder die brauchen natürlich irgendetwas, damit diese Materie, die hier auf der Erde ist, zum Beispiel ins Plus geladen, nach draußen kommt und dann oben in Minusladung ankommt. Und das ist eine, eine riesen, darum, Energiesäule, die heute noch auf Malta existiert, die man radiosistisch messen kann. Mhm. Musik Und diese starken Strahlungen, die da immer noch hier sind, also bis zu 420.000 Bovis können da gemessen werden, die haben natürlich Einfluss auf unser persönliches Wohlbefinden. Und wir können also nur empfehlen, dass Leute zu uns nach Malta kommen. Wir bieten also diese Atlantik-Studienreisen an. Die nächste Studienreise beginnt am 23. Mai. Dann haben wir nochmal eine im Herbst, Anfang Oktober, wo man das dann selber erleben kann, selber spüren, aber auch selber forschen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du sagst so eine Energiesäule. Es gibt ja, und du gehst in deinem neuen Buch darauf ein, auch so Darstellungen einer solchen Säule. Auch das ist ja ein Punkt, der wiederum altes Wissen jetzt hier offensichtlich referiert. Ja, also Malta, der Name sagt schon, wenn man es von rechts nach links liest, Atlam. Atlam bedeutet, ist Sanskrit, bedeutet eine Säule, die zum Himmel aufsteigt. Das sagt schon der Name. Und das ist also ein zylindrischer Wirbelkörper, der heute noch gemessen werden kann mit dem Pendel beziehungsweise mit der Route, der jetzt in diesem zerstörten Zustand etwa 12 bis 14 Kilometer hoch geht. Und das ist auch das stärkste elektromagnetische oder eigenständige Feld in Europa. Und dieses Feld beeinflusst den Fluss der freien Elektronen vom Sitz Malta aus. Und zwar in nördlicher Richtung. Das letzte Plusfeld, was gemessen worden ist, ist Schottland. Schottland hat also auch eine so mystische Bedeutung, kommt wahrscheinlich daher. Aber der Ursprungsort ist Malta, um Gozo. Und das wäre sicherlich, also von unserer Meinung nach, dass man dann, wenn man das mitnimmt, was man da unten erfährt, dass das für diese künftige Zeit, die kommt und dann hinterher. Präpariert ist und richtig, richtig geladen wird und diese ganze Sache dann viel leichter nehmen kann. Du sagst Geben und Nehmen. Eine Energiesäule, die von den drei Schwesterinseln Malta, Gozo und Comino nach oben geht, sage ich mal etwas platt. Was ist das Geben von der anderen Seite? Oder was ist das Nehmen aus der irdischen Sicht? Also das Geben ist, was man quasi, das müsste man normalerweise noch herausfinden, was man darunter genau zu verstehen hat. Aber das Nehmen, was wir von denen nehmen, ist, wenn diese Frequenz wieder stimmt auf der Erde. Und das wird sehr wahrscheinlich geschehen zum Dezember 2012, vielleicht aber schon heuer zum Dezember. Das weiß man eben nicht. Weil wir nicht wissen, wann die Zeit begonnen hat. Aber das Nehmen ist das, dass wir wieder zu uns selber finden. Also, was unser physikalischer Körper und unser physikalischer Körper und unser physikalischer Körper.